Funky Sounds for Central Europe. Funky Sounds for Central Europe. Auch im Internet auf laut.fm.joy 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 ist die Internetadresse für Soul, Funk, Disco, Breakbeat und Haus. Hunderte handverlesene Titel der Black Music von den 80ern bis heute. Zahlreiche legendäre Free Radio Air Checks von den 80ern bis heute. Charlie Prince Don't fall like you. Southleaf Radio Wiederhören macht Freude auf laut.fm. Slash.joy Funky Sounds for Central Europe Radio Joy Check, check. Hello everyone, welcome back to a new 9th session. A new month, a new day, new music. For those who don't know me, I am S9 and Christine, I'm born and raised in Germany and living in Amsterdam, the beautiful city of Canals. What do we have today and this month's 9th session? We have new music. I will take you on the journey through some countries here in Europe, Italy, UK. We make a stop in Germany. Die Charlie Prince Show, regelmäßig hier zu hören. Die Themen, Malta, Nachrichten von einer der wichtigsten Außengrenzen der EU. Medien, Neuigkeiten zu Funk und Fernsehen. Musik, handverlesenes der 60er bis heute. Soweit also der Scows-Mix von Double Trouble zusammen mit Rebel MC zu dem Stück Just Keep Rocking. Und wir kommen und rocken zu den Malta Infos. Musik, amargo, nachrichten. Musik, amargo, nachrichten. Musik, amargo, nachrichten. Auf meiner Lieblingshinsen tut sich wieder einiges. Bereits im vergangenen Jahr wurde auf Malta bei Bauarbeiten Fundamente des ehemaligen Bahnhofs San Salvatore freigelegt. Daraufhin wurden die Bauarbeiten in der Region eingestellt. Es folgten Gespräche mit Paul Galea von der Malta Railway Foundation. Nun wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und es wurde beschlossen, dass wenigstens Überreste eines Bahndamms und der ehemaligen Eisenbahnbrücke in Attar gegenüber des Mount Carmel Hospitals erhalten bleiben sollen. Diese Eisenbahnbrücke dient inzwischen als Straßenbrücke. Infrastruktur Malta und der Heritage Watchdog wollen den Erhalt von Bahndamm und Brücke sicherstellen. Der Damm neben einem Teil des neuen Rad- und Wanderwegs soll sichtbar bleiben und die Brücke verlängert werden. Der neue 4,3 Kilometer langer Rad- und Wanderweg wird Mirihel, Birke, Kara, Balzahn, Attar und Takali verbinden. Die Malta Railway Foundation befürchtet jedoch, dass die Arbeiten irreparable Schäden vor allem durch die Verlängerung der Brücke verursachen werden. Die malthilzische Eisenbahn, über die ich bereits in der letzten Sendung berichtet habe, fuhr zwischen 1883 und 1931. Der Dienst wurde, wie gesagt, eingestellt, weil sie nicht mit Bussen konkurrieren konnte. Malta will weiterhin das Fangen geschützter Singvögel erlauben. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof im Jahr 2018 die langjährige Praxis verboten hat. Nun die Ausrede an Brüssel, das Fangen verhelfe zu wissenschaftlichen Daten über die Immigration von Arten. Malta erklärte laut Times of Mortar gegenüber Brüssel, dass die Urteilstelle kein völliges Verbot der Erfassung von Singvögeln darf. Immerhin erhielte nur der eine Sonderlizenz, der eine Prüfung absolviere und bestehe. Zudem sähen deutliche Vorschriften tägliche Stichprobenkontrollen durch die Polizei vor. Naturschützer hingegen beklagen den Mangel an angemessener Überwachung und Bertloth Malta hat deswegen einen Prozess angestrengt. Funky Sounds for Central Europe Funky Sounds for Central Europe Auch im Internet auf laut.fm.joy 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 ist die Internetadresse für Soul, Funk, Disco, Breakbeat und Haus. Hunderte handverlesener Titel der Black Music von den 80ern bis heute. Zahlreiche legendäre Free Radio Airjacks von den 80ern bis heute. Die Internetadresse für Soul, Funk, Disco, Breakbeat und Haus. Zudem sähen deutliche Vorschriften tägliche Stichprobenkontrollen durch die Polizei vor. Wieder hören. Mastig Freude auf laut.fm. Slash.joy Funky Sounds for Central Europe Radio Joy Check check Hello everyone Welcome back to a new night session A new month, a new day, new music For those who don't know me I am S9 and Christine Born and Raised in Germany And living in Amsterdam The beautiful city with kennels What do we have today? In this month's 9th session We have new music I will take you on a journey Through some countries Here in Europe Italy UK We make a stop in Germany A premiere of one of my new tracks Collaboration with Canada and Germany So I'm excited for you To listen to it And also I want to get your opinion on it Um Yeah I would say Let's get started Leave a message Here on the socials If you have a question Or if you want to hear a specific track Back in the other 9th session And let's get started The easiest way To get into the meditative state I have one more track for you Thank you first For tuning in For this month's 9th session It's great to have you back And on this journey Let me know what you're up to 9 to 5 music The label has released Two new tunes From Hoffman From Bolivia Check them out They are great to edit To your Spotify playlist Let me know what you think of them Let me know what you think of them There are other new tunes coming On the label Operations Music for you Citizen New journeys And enjoy this one To the max Very soon Also stay up to date And connected On the socials And Love you guys Cheers That's nice But They stand Good Round Untertitelung des ZDF, 2020